würde ich hier sogar hin passen das machen wir so wir verkaufen wieder ein bisschen erst mal hier 4 6 7 8 9 10 das ist schon teuer so eine nachricht perfekt dann würde ich sagen greift mit denen jetzt hier als nächstes nämlich an um seine festung einzunehmen dann kommt der mada eine nachricht der ratte herzog wir haben wir hier herzog von debüte direkt wieder weg geholt verdammt also es wird uns zählen wir müssen hier darauf wir haben nicht genügend gold dass wir immer genug haben wir haben tatsächlich einen verloren dann würde ich sagen machen wir uns langsam bereit für den angriff wir versuchen hier gerade rüber zu kommen die bogenschützen sind aber schon bereit waffen geschultert das ist eine nachricht der ratte ihr habt euch mit dem mächtigen den pös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche armee zertrampeln das ist wahre macht ihr habt nicht genügend gold das gibt es doch nicht diese hohen steuersätze sind ein scherz in der nachbarburg sind sie nicht halb so hoch ja dann geh doch in die nachbarburg wenn du dich da sicher fühlst eine nachricht der ratte wir werden sie alle nach und nach vernichten meine truppen werden euch bald überwältigen wir greifen nochmal kurz an sehr gut die beteiligung steht sonst warten wir alle angriffe ab und dann geht's los zur stelle im laufschritt ich werde da schon mal raus gehen eine nachricht der ratte ihr habt euch mit dem mächtigen den pös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche armee verhandeln da wird schon mal ordentlich schaden gemacht die bogenschützen sind aufgereiht hier geht der auch mal mit wobei er bräuchte das sind gleich die entscheidenden männer dann im entkampf so ihr zehn baut mir schöne katapulte konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte also keine trieböcke sondern wirklich nur katapulte konstruieren belagerungsgeräte es muss ein nachtangriff sein und los und marsch so ich glaube der kriegt schon langsam angst der merkt wir werden jetzt gleich angegriffen sehr sehr gut so sollte es ja auch sein so dann schicken wir mal irgendwer ist noch nicht ihr müsst da schon rein und arbeiten leute genau so okay sie versuchen uns nochmal anzugreifen ach kommt das ist ein witz oder sehr gut okay das war's bereit das geht jetzt nämlich los vorwärts ladet nach im laufschritt so einmal nehme ich hier nach vorne und marsch machen gar nichts die haben angst glaube ich vorwärts so okay dann ihr die sind direkt neben uns verteidigen verteidigen zur stelle wenn ich da drauf schießen kommt so gut wie erledigt so gut wie erledigt macht dernflug kaputt alle weiteren hier hin laufschritt und los und hier geht da jetzt rein los 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 wir müssen angreifen wir müssen angreifen wir müssen rein wir müssen da rein wir müssen da rein so der hat dann ein paar wieso schießt der nicht mehr gehen wir eine nachricht der ratte kein grund zur panik gerade kein grund zur panik alles wird gut jawohl wir geben unser bestes so feuer jetzt sehen wir nicht wieder was keine nachricht der ratte meine stundenhafen einfach meinen gar nicht verschaffen so jetzt macht ihr bitte stopp halt nicht mehr schießen wir gehen hoch so 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 shan 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 wir müssen da rein wir müssen da rein jawohl nummer eins das ist gut so bitte nein bitte tut mir nicht weh sehr gut okay die haben direkt drüber geschossen mal schauen ob wir direkt weiter gehen können womit kann ich denen eine nachricht der ratte unverschämter pflegel ich werde eurem treiben mit so das ist der stoßdruck na los na los männer wir können auf jeden fall schießen gar nicht so toll eine nachricht der ratte womit habe ich das versehen womit habe ich das versehen schon drauf ich hätte euch verlichten sollen so neue einhaut ja sehr gut eine nachricht der ratte womit habe ich das versehen jawohl ein unmögliches so kusi und feuer macht denen den blei aus so da wird auf jeden fall weiter verdammt verdammt wir brauchen steine leute die produktion muss ja auch weiter gehen also wir haben nicht genügend gold so zur stelle hier steine katapult wird bewegt so und feuer 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 sehr gut waffen kann man zerstören ganz hinten weiter drauf schließen so wie geht's hier vor und marsch ja endlich wir können noch nicht rein leider eine nachricht der ratte tja es läuft recht gut für euch was das hier wird schon mal geschossen kommen ein paar einheiten raus ok wir könnten jetzt hoch wir gehen hoch wir müssen hoch los 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 schaffen wir es Leute ich bin wirklich gespannt sehr gut sehr gut haben wir doch den nächsten schon wieder zerstört so der greift uns grad in diesem moment an besser kann es eigentlich gar nicht laufen das sind vier ok dann hier hin wohin gehen wir ein weiter weg und los drogen schützen verteidigen was gibt's genau eine nachricht der ratte kein grund zur panik gerade kein grund zur panik alles wird gut jawohl wir benötigen steine was schon wieder steine eine nachricht der ratte verdammt 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 wir sind grad alle unsere kämpfer verdammt wir haben keines Haus helft denen mehr vor man kann nicht wie ein kalten Haus verdammt wir haben grad einiges verdammt das vieh ist bereit sehr gut noch mehr vieh darf's noch etwas rinser katapult wird bewegt so gut wie er lebt so gut wie er lebt hervorragend katapult bereit wackelig wie ein kalten Haus katapult bereit so gut wie er manchmal die sind so gut wie er runter okay wir müssen so schaden oh ne unsere eigenen unsere eigenen truppen oh kacke wir müssen weg zurück 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 so wir kaufen weiter wieso kriegen wir eigentlich kein gold das volk verlehrt sich das volk huldigt euch seien ja so ja ja den ganzen weg ja natürlich den ganzen weg leute was denkt ihr denn ihr können es werden nötig sein haben wir irgendwas zerstört nee also machen wir noch eine Krise farm vorbei wir müssen halt einfach nur schnell genug den Käse rausholen allzeit bereit so ein weiter Weg ihr seid ein bisschen schneller hilft nix wir müssen jetzt Achtung ja hör die Einheiten produzieren in Massen rücke aus denn die haben uns grad vernichtet bereits eure Lordschaft so der ist super geschwächt sehr sehr gut ich glaub es wird ein leichtes den zu besiegen es ist die Ratte das Wiesel und das Frettchen wird als nächster folgen so Eisen haben wir auch noch zu genüge sehr sehr gut hm wir haben hier noch einen könnt ihr mal besuchen auf Neues so gesehen so und wir benötigen Holz ok wir werden überfallen das ist wahre Macht bitte 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 komm hier irgendwo hätte ich es gern ok dann da versuchen wir es einfach nochmal so zur Stelle dann rücken wir mal weiter vor im Laufschritt so in der Zeit brauchen wir Truppen Nummer Dress bitte hier hin und Truppe Nummer vor hier hin es werden Waffen benötigt so die kommen jetzt schon sehr gut lasst euch Zeit lasst euch Zeit wir sind ja nicht irgendwie im Krieg oder so wenn man sich beeilen muss nee nee hat das nochmal boah das ist fast kaputt können wir das kurz lassen wir das jetzt stehen das ist ein neues Katapult Belagerungsgeräte geht das? es geht für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeist Katapulten Belagerungsgeräte ah ne das wollte ich nicht wieder rein manchmal hilft nur Muskelkraft so gut wie erledigt Feuer wir haben das Huhn hier zerstört sehr gut überfallen wo gehen die denn durch oder lang verdammt die gleich ich glaub die gehen da oben lang so ok dann kommt mal weiter vor schickt Vieh los schickt Vieh los eine Nachricht der Ratte kein Grund zur Panik kein Grund zur Panik alles wird gut jawohl ihr 20 dann hier hin und der Rest nach oben Bewegung na los jawohl eine Nachricht der Ratte Tja ey es läuft nicht gut für euch was das wir haben keine Chance hervorragend so wir versuchen da rein zu gehen und dann sind wir glaube ich auch schon durch Leute na los komm vieler Futter was gibt's eine Nachricht der Ratte sehr gut nein da wir sind drin das war's so was haben wir bekommen 500 Gold sehr sehr viel so stellt ihr euch mal bitte da auf der Rest auch hier hin wobei wir können direkt rein irgendwie die aber es geht wir versuchen direkt rein zu gehen der hat alles falsch gebaut anschein wow wow das ist ein Gemetzel das ist ein Gemetzel komm schon lauf weiter lauf weiter lauf weiter schaffen wir das jawoll und runter mit der Stich tut mir nicht weh bitte nicht was wünscht die sind so gut wie tot ist unser Hammer 2 Sieg und wir waren wirklich richtig richtig gut ja dann würde ich mich auf jeden Fall freuen wenn ihr eine schöne Bewertung da lasst mich würde es auf jeden Fall interessieren wie ihr die Folge fandet wie findet ihr außerdem dass wir wieder zurück sind das würde mich ja am meisten interessieren dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von let's play let's play Stronghold Crusader bei Mission Nummer 9 die Oase wo wir gegen den Saladin in einem fairen Kampf kämpfen werden ich freue mich drauf also lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Baba Chu ja